Ein spannender Fußball-Nachmittag geht hier in der Ursafer-Marina an der Kaiselinder heute zu Ende gegen den FSV Mainz 05 gab es in der ersten Runde des DFB-Pokals Elfmeterschießen. Am Ende hieß das Ergebnis nach Elfmeterschießen 9 zu 10. Elversberg hat knapp verloren, stand kurz vor der Sensation, hat es dann aber am Schluss leider nicht geschafft. Till Ust hat sich mit den Spielern Kevin Conrad und Lukas Schnellbacher unterhalten und Tor Steffen kommt gleich auch zu Wort. Viel Spaß damit. Konrad ist ja Welch eine Woche für dich. Vater geworden, Kapitän geworden, heute die DFB-Pokalpartie gegen Mainz. Am Ende leider knapp verloren mit 9 zu 10 im Elfmeterschießen. Was waren das für Tage für dich? Ja, waren sehr aufreibende Tage, muss ich sagen. Also gerade die letzten drei, die waren schon aufregend, als am Freitag Mainz kleiner auf die Welt kam. Heute das Spiel war schon schön. Hätte natürlich noch besser gepasst, wenn wir das Ding heute gezogen hätten zum Schluss. Respekt erstmal für diese Top-Leistung heute. Ihr habt scheinbar alles abgerufen, auch zweimal das Spiel nochmal für euch entschieden, bevor dann der Ausgleich nochmal gefallen ist. Wie hast du dieses Spiel so von außen erlebt? Von oben war es unheimlich intensiv. Ja, ich habe es von innen erlebt. Ja, groß nachdenken, da war gar keine Zeit für. Also das war einfach nur genießen und machen. So hat es, denke ich, jeder auf dem Spielfeld auch angenommen. Ja, und ich hoffe, dass wir einfach die Zuschauer, die jetzt heute mal wieder erlaubt waren, ein bisschen unterhalten konnten. Natürlich sind wir jetzt ein bisschen enttäuscht, dass wir es nicht komplett gezogen haben. Aber ich denke, wir können da trotzdem stolz auf unsere Leistung sein. Es waren dann am Ende 15 geschossene Elfmeter. Du hast ja auch einen verwandelt. Wie intensiv war das dann, als man da nochmal zum Punkt gegangen ist? Ja, war schon sehr intensiv. Also ich hoffe, meine Frau hat keinen Herzinfarkt bekommen im Krankenhaus. Sie hat es angeguckt, dass ich da den fünften Elfmeter noch geschossen habe. Ja, ist natürlich nochmal ein anderer Moment, wenn man da vorm Tor steht. Im Training ist es ganz einfach. Da sind die Elfmeter relativ nah am Tor. Jetzt ist der Elfmeterpunkt relativ weit weg und der Tor war doch recht groß. Ja, das ist einfach nochmal ein Moment, wo man dann wirklich auch erleichtert ist, wenn man reinhaut. Und ich denke, man hat beim Lau auch gesehen die Enttäuschung, die dann da war, als er gegen die Latte gedonnert hat. Deswegen, das ist ein Moment, den muss jeder selber für sich erleben. Ist auch schwer zu beschreiben. Am Ende gab es nochmal Standing Ovations von den Fans und eine Ehrenrunde. War das heute eigentlich die perfekte Werbung für die Elf? Ja, ich denke, Werbung haben wir schon gemacht. Ich hoffe natürlich, dass wir in der Runde vielleicht noch ein bisschen mehr Offensivfußball zeigen können. Weil heute war es doch mehr Defensivarbeit. Aber ich denke, unsere Umschaltmomente haben wir schon gezeigt, was wir können. Und ich hoffe natürlich, dass auch während der Runde vielleicht die zugelassenen Zuschauerzahlen dann auch erreicht werden. Ich habe es zu Beginn angesprochen, du bist ja auch Kapitän geworden. Was bedeutet dir das Amt? Ja, letztendlich, ich habe es immer gesagt, ändert das nichts groß an meiner Aufgabe. Ich habe ja letztes Jahr eigentlich auch schon ein bisschen das Kommando übernommen hinten drin. Jetzt habe ich natürlich die Binde noch. Das ist noch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Aber wir haben so viele Typen auf dem Platz, die das Ding dann ziehen können. Wir haben mit Paddy einen, der einfach durch seine Körpersprache mit Schnelli vorne drin, haben wir genug Führungsspieler, Fälle, der jetzt immer lauter wird. Das ist, wir haben so viele Typen auf dem Platz, da ist die Binde eigentlich nur, ja, sagen wir mal, Zierte. Was könnt ihr jetzt nach dem Spiel heute, nach dem Erlebnis mitnehmen für die Runde, für den Auftakt gegen Offenbach, der dann in knapp zwei Wochen folgt? Ja, ich denke, dass wenn wir alles abrufen, dass wir eigentlich auch zu allem in der Lage sind. Und wenn wir das irgendwie transportieren können in die Runde, dann können wir schon das ein oder andere Spiel vielleicht ziehen, das wir letztes Jahr noch nicht gewonnen haben. Mit welchem Gefühl verlässt du heute insgesamt das Stadion? Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mehr ins Krankenhaus konnte, weil Besuchszeit war nur bis 19 Uhr. Dann kam die Verlängerung dazwischen. Nee, grundsätzlich freue ich mich natürlich für die Mannschaft, wie sie geackert hat, wie sie gearbeitet hat, wie wir aufeinander da waren. Das stimmt mich zuversichtlich für die Zukunft. Danke für dieses tolles Erlebnis. Vielen Dank. Gerne, gerne. Schnelli, letztes Jahr durfte ich dir zu einem Superspiel gegen St. Pauli gratulieren, wo du getroffen hast und ihr weitergekommen seid. Heute darf ich dir auch zu einem Superspiel und Treffern gratulieren. Am Ende hat es aber leider heute nicht gereicht gegen den Bundesligisten aus Mainz. Was war am Ende entscheidend dafür? Ja, wir haben den entscheidenden Elfmeter vorbeigeschossen, aber das passiert und geht natürlich weiter. Und wir haben ein Superspiel gemacht in den 120 Minuten. Wir haben uns nie aufgegeben und darauf können wir aufbauen in der Runde. Auf jeden Fall. Es war super intensiv, super spannend. Wie hast du das auf dem Feld erlebt? Ja, wir haben immer auf eine Aktion gewartet, vielleicht vorne irgendwas, dass irgendwas geht und dann konnten wir zweimal zustechen und sind zweimal in Führung gegangen. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn man halt zweimal dann noch den Ausgleich bekommt. Kurz vor Schluss in der 90. haben wir sogar noch die Chance zum 2-1 mit Felix. Und wenn er den reinmacht, das wäre natürlich super gewesen, aber es passiert. Es waren tolle Treffer von dir. Hast du das in dem Moment auch so erlebt oder hast du es dir jetzt im Nachgang nochmal angeschaut? Nee, ich bin gerade in die Kabine. Ich musste meinen Fuß kühlen. Ich habe einen abgekriegt. Da konnte ich noch nichts gucken. Es war ein super intensives Spiel, haben wir schon mal gesagt. Teilweise war kein Klassenunterschied zu erkennen. Trotzdem war ja in der Halbzeit auch so ein bisschen Glück dabei. Mainz hat zwei, drei hochkarätige Chancen gehabt. Gab es da so Szenen, wo du gedacht hast, jetzt könnte es auch nach hinten losgehen? Ja klar, die haben schon das Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, muss man schon sagen. Auch in der zweiten Halbzeit, die haben Druck gemacht. Und die ein oder andere Möglichkeit, Bukon ist auf der Linie geklärt. Sie hatten schon einige Chancen und wir haben auch einen super Torwart hinten drin gehabt mit Frank. Ich bin einfach stolz auf die komplette Mannschaft, wie wir das abgeliefert haben und verteidigt haben. Dann habt ihr das Spiel dann nochmal gedreht und habt sogar nochmal ins Elfmeterschießen gepackt. Was bedeutet das jetzt für die kommende Zeit oder dann auch für die Runde? Ja, einfach mit Selbstbewusstsein in die Runde gehen und jedes Spiel als Endspiel sehen und Gas geben und einfach gucken, wo wir dann am Ende stehen. Letztes Jahr hat es leider knapp nicht gereicht und wir gehen wieder einen neuen Versuch, aber mit ein bisschen weniger Druck in der Mannschaft, weil wir wollen es einfach Fußball spielen, wir wollen Spaß haben und der Rest kommt dann auch von alleine. Das heißt, auch wenn die Enttäuschung heute groß ist, blickst du positiv nach vorne? Ja, auf jeden Fall. Wir können stolz auf uns sein, stolz auf die Mannschaft. Stolz auf das komplette Team außenrum und da können wir drauf aufbauen. Jetzt ist ja nächste Woche erstmal spielfrei, dann geht es in zwei Wochen gegen Offenbach daheim los. Kannst du da schon so einen kleinen Ausblick geben? Ja, wir arbeiten jetzt auf das erste Pflichtspiel hin. Klar, es tut es jetzt, glaube ich, nach 120 Minuten plus Elfmeterschießen nochmal gut eine Woche mehr zu haben. Und ja, aber wir bereiten uns richtig gut vor und hoffen, dass wir dann gleich auch mit einem guten Spiel starten können. Dann erhol dich erstmal gut und komm gut heim. Danke schön. Ja, Horst, du blickst auf den Spielbogen und siehst einen 9 zu 10 nach Elfmeterschießen deiner Elf gegen Mainz 05. Du schüttelst den Kopf, aber wahrscheinlich schüttelst du den Kopf nicht, weil du enttäuscht bist, sondern im Gegenteil wahrscheinlich, weil du stolz bist und denkst, heute war hier eigentlich viel mehr drin in der ersten DFB-Pokalhauptrunde. Lass uns doch mal an deinen Gefühlen teilhaben. Ja, ich habe den Kopf geschüttelt, weil es halt die 89. war und die 116. wo wir den Ausgleich jeweils kriegen. Klar, war das Spiel so, wie es zu erwarten war, dass Mainz uns so ab der 20. auch sehr stark unter Druck gesetzt hat und wir wenig Möglichkeiten zur Entfaltung hatten. Wir hatten ein paar Angriffe, wo ich sage, da kann was daraus entstehen, wo wir 1 gegen 1, 2 gegen 2 spielten. Wenn wir da genau spielen, dann können wir vielleicht auch vorher schon mal wieder zu Torschancen kommen, wo wir das Gefühl haben, Mensch, wir müssen viel verteidigen, aber es lohnt sich, weil wir eben diese Situation bekommen, vor das Gegner Tor zu kommen. Das haben wir nicht gehabt. Dementsprechend ist es umso bemerkenswerter, wie die Jungs ständig dem Ball hinterhergelaufen sind und ständig versucht haben, dem Gegner das Leben schwer zu machen und zu verteidigen. Wir hatten, klar, auch ein paar Situationen, in denen wir Glück hatten. Und ja, Mitte der zweiten Halbzeit, mit dem 1-0, dann hattest du das Gefühl, jetzt wird es ein offeneres Spiel. Klar, mit viel Ballbesitz noch für Mainz, aber wir hatten dann auch noch Situationen, wo wir auch in der 90. Minute noch das 2-1 machen können, wo Felix dann frei vom Torwart steht. Es ist klar, dass wir solche Spiele dann entscheiden können für uns und wir brauchen dann auch so ein Chancenverhältnis, wie es gewesen ist, um Spiele zu entscheiden. Die Mannschaft hat mega gefightet und mega gearbeitet, um den Sieg herbeizuführen. Leider ist es im Elfmeterschießen dann nicht, hat es nicht geklappt. Tolle Leistung, gute Moral und wie gesagt, einfach so dieses Nicht-Aufgeben. Das war schon bemerkenswert, weil wir wirklich zu Beginn sehr viel hinterhergelaufen sind und die Chancen hatten trotzdem, dass wir gut verteidigt haben und viel verteidigt haben, hatten sie Chancen, die Mainz haben. Und deshalb umso bemerkenswerter, dass wir immer an unsere Chancen geglaubt haben. Man hört hier von allen Seiten Komplimente. Du wirkst auch insgesamt natürlich zufrieden, das hört man raus. Jetzt nach diesen 120 Minuten länger, plus Elfmeterschießen, plus zurückgekommen, plus wieder zurückgekommen. Ist das einfach auch stolz in dir? Ja, ich war während des Spiels schon ein Stück weit stolz, weil ich einfach sage, Mensch, so zu fighten, so zu arbeiten und wie viele Flanken haben wir verteidigen müssen und wo jedes Mal noch ein Kopf dazwischen kam, wo wir uns reingeworfen haben in Schüsse und verteidigt haben. Wirklich, das war einfach toll und ich kann wirklich auf allen Positionen sagen, wir haben alles rausgehauen, was wir da drin hatten. Und das macht natürlich stolz und mit den Gelegenheiten, die wir dann noch hatten, das Spiel auch zu gewinnen. Und zwar mal in Führung zu gehen, das schaffst du gegen Bundesliga normalerweise nicht. Wenn du die erste Führung abgibst, kippt das Spiel in der Regel, auch das haben wir nicht zugelassen. Deshalb bin ich natürlich sehr, sehr stolz auf das, was die Mannschaft geleistet hat und es gibt einfach eine Gewissheit, dass wir jetzt auch in der Vorbereitung ganz gut gearbeitet haben, dass die Jungs auf einem guten Level sind. Und jetzt haben wir noch zwei Wochen bis zur Meisterschaft und dann zählt nur noch die Meisterschaft. Du hast den Gegner natürlich im Vorfeld schon beobachtet, hast du auch mehrmals schon gesagt. Jetzt hast du dir auch bestimmt deine Idee so zurechtgelegt, die ging ja auch bis auf das Endergebnis dann wahrscheinlich voll auf. Wie hast du heute Mainz insgesamt erlebt? Ja, sie sind schon gut. Sie haben nach dem Trainerwechsel einfach eine erstaunliche Serie auch gespielt. Eine Rückrunde, in der sie Fünfter geworden sind in der Bundesliga, wo einfach viele Dinge gut abgestimmt sind. In der Defensive genauso wie in der Offensive, also eine gute Raumaufteilung. Sie haben natürlich eine bessere Athletik noch, eine Passgenauigkeit, wo ich sage, das ist einfach dann noch Bundesliga. Zwischen uns sind ein paar Klassen und der Bundesliga. Deshalb war das schon zu erkennen, dass sie sehr gut sind und trotzdem hatten sie Mühe gegen uns und wir hätten das Spiel gewinnen können. Und klar ist, nochmal gegen guten Bundesligisten musst du einfach ein Stück weit Glück haben, um das Spiel zu gewinnen. Eine tolle Atmosphäre, ein tolles Wetter bis zu Beginn. 2480 Zuschauer. Ihr seid am Ende noch eine Ehrenrunde gelaufen. Die Fans haben euch applaudiert. Ist das so das, was man vielleicht heute auch mitnimmt? Ja, absolut. Ich bin ja immer für Spektakel. Ich bin ja immer dafür, dass wir den Zuschauern was bieten. Das gelingt oft. Das gelingt nicht immer. Das ist klar. Und so soll es sein, dass die Fans nach Hause gehen und sagen, boah, da war eine Mannschaft auf dem Feld, die alles gegeben hat, die hin und wieder auch spielerisch standen, überzeugt hat. Das ist klar. Aber dieses Gefühl von Gemeinschaft war wieder da. Mit unseren Fans zusammen in schwierigen Phasen kamen wieder die Anforderungsrufe. Das ist toll, wieder zu erleben. Und dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass so viele Leute uns heute unterstützt haben. Ich hätte, wie gesagt, gerne allen Fans einen Sieg gegönnt, um wirklich dann auch zur Arbeit gehen zu können. Zu sagen, unser Verein hat echt Bemerkenswertes geleistet. Und jetzt warten wir aufs nächste Los. Ist leider nicht gelungen. Aber dass wieder Fans da waren, Mensch, war das wieder ein gutes Gefühl. Jetzt noch knapp zwei Wochen bis zum Auftakt. Dann gegen Offenbach daheim und gegen Ulm auswärts. Das wird ja auch gerade zu Beginn ein bockstarker Beginn, oder? Ja, das wird auf jeden Fall herausfordernd sein. Und deshalb bin ich eher auch ganz froh, wie das Spiel jetzt gelaufen ist. Dass wir einfach 120 Minuten gehen mussten. Und viele das Gefühl jetzt bekommen haben, Mensch, wir können es laufen. Wir können es konditionell, können wir richtig Gas geben. Und sind im Spiel und brauchen nicht mehr ganz viel Zeit, um konditionell auf Top Level zu sein. Das ist die Voraussetzung, um die Spiele dann zu Beginn auch gewinnen zu können. Neben den taktischen Dingen muss aber das Gefühl da sein, wir sind athletisch in der Verfassung. Und ich glaube, das, was wir heute gesehen haben, kann jedem das bestätigen, dass wir in einer guten körperlichen Verfassung sind. Und dann warten wir jetzt auf den Saisonstart und hoffen, dass wir in der Meisterschaft wieder richtig guten Fußball spielen und Spektakel liefern mit einem besseren Ergebnis. Horst, ich glaube, auch wenn es gerade noch schmerzt, wir nehmen den Stolz mit. Alles Gute für die nächsten Wochen. Danke. Dankeschön. Vielen Dank.